Heute machen wir etwas Besonderes. Ihr bekommt erstmal Luftballons von mir. Jeder von euch bekommt einen Luftballon, einen Edding und schreibt die ersten zwei Buchstaben seines Namens rauf. Ja, dann den nächsten. Ja, nicht so. Du musst mal aufrechterhalten. Wer braucht noch? So, und jetzt werft ihr alle eure Ballons bitte in die Mitte. Los. Wenn jemand seinen Namen findet, nimmt er ihn und geht hinten an die Wand. Jetzt macht ihr bitte folgendes. Den ersten Ballon mit dem Namen, den ihr findet, gebt ihr einfach eurem Partner, Partnerin. Fertig. Den, den ihr findet. Verstanden? Und, was lernen wir daraus? Die Folge ist besser!